Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Hunter Game mit World of Tanks. Ich spiele mit der FV und meinem Freund der Excursioner MX mit der A13 F3. Wir sind hier in einem sowas gerecht und treffen Jumbo, den Tatashi, den Mau und ja, dieses Video ist einfach nur um mal zu sagen, ja, ein bisschen unfaires Matchmaking, nur mal so gesagt, ich weiß nicht. Schreibt es in die Kommentare, was ihr dazu haltet, ob das ein kleines unfaires Matchmaking ist. Eine Frage hätte ich dann noch an dem Mau, wenn er dieses Video sieht, wie kriege ich einen Type 59? Oh, KV3, IS3. Ich gehe auf IS3. Meine Stehbar kriegt er von 100er. Schön. Ah, du fuck. Ich krieg die Krisen mit diesen Leuten. Ich wette die am Mord drauf, wetten. Hast gesehen. Die ganze Zeit blieb er stehen und dann auf einmal vom Gottesamt bewegte sich. Ich kann auf alles wirken. Wenn sie sich nicht bewegen. Oh, thanks, fuck you. Ich ziehe da mal auf den T32, wenn er stehen bleibt, hoffentlich jetzt eigentlich mal. Ich krieg die Krisen. Aber wenigstens habe ich schon daimisch gemacht. Und IS3. Ey, ich spüre. Fahr nach hinten. So, und jetzt bleib ich stehen. Bleib 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 stehen. Au. Au. Achtung, die Countern, wollte ich nur sagen. Schau mal, meldet mich an. Gut. Wurde ich den Countern, wir warten lassen. M44. Ja, war der M44, ja. Hab ich jetzt gerade gar nicht dran. Oh, der T29 steht perfekt da. Der geht hoch, der geht hoch. Ganz, ganz, ganz stehen bleiben. Ganz, ganz, ganz kurz. Einfach zurück, siehst du. Hey, jetzt hat IS3, wie als ob es ist, den Stockpunkt. Halli, hallo, Vorsicht, wir sind hier gerade mal aufnehmen, würde ich nur sagen. Schluss auf IS3, wenn sie jetzt stehen bleibt, bitte. Nein, natürlich nicht, du kleiner Kanacke. Ach, Leute, ihr kennt's auch das. FV, sehr lange ankommt, 2,2 Sekunden aus der Entfernung und die Gegner bewegen sich. Da fahr doch vor, fahr, 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 fahr. Ich habe ihn gekettert. IS3? Ja, die steht noch da, wo sie stand neben dem Baum. Ich probiere es in zwei Sekunden nochmal, bitte, bitte, bitte. Ich habe getroffen. Das wird ein richtig, oh, fuck, äh, Entschuldigung, was sagten wir nicht sagen. Kann es auf den Centurien wirken. Ich mach erst einen Abgang. Ich schieße jetzt erstmal unseren Verbündeten zur Hilfe und laufe jetzt erstmal weg. Ja, also wenn das der Mo mitkriegt, ähm, ich schicke das dann und werde dich mal anschreiben. Ähm, am besten du hilfst uns mal, Mo. Ja, komm, hilf uns, rette uns, rette die Artis, rette deinen YouTuber-Freunde. Ich bin Abulett dazu. Ich bin jetzt schon heute weg. Okay, ciao, Pascal. Aber warte kurz, wir sind hier gerade bei Aufnahme. Okay, tschüss. Ciao. User disconnected from your channel. Scheiße. Kannst du dir den T34 erwischen? Ich fahr nach Ständen, nicht zu beschreiben. Oh Mann, das ist so nervig. Du weißt, dass du nicht weißt, ob die Gegner zu uns kommen oder von uns wegfahren? Oh, zum Glück, okay. Okay. Aber hatte ich recht mit den Type 59? Hm? Aber, ähm, sollte ich dir nach mal einen Link schicken von ihm? Ja, ist ja, ein sehr gutes Spieler und ist auch sehr nett. Guck mal, er ist wesentlich besser wie ich. Ich bin viel zu schlecht, um bei den England zu dürfen. Oh nein. Oh nein. Hä, warum? Und dich nicht? Sieh die nicht? Da sind sie doch. Ja, jetzt bin ich ja auch, aber... Wollen wir auf die S3 wirken? Ey, er hatte die nicht mal 1400? Ah! Ich glaubst du, ich hab' die S6 gewonnen. Ey, ich hab' eine Vorstellung, wo sie sind. Ich probier' mal zu... ähm, die Käpt'n, okay. Yolo, da sind sie? Wie dumm sind die denn? Ich schieß' auf die S6, okay. Ja, ja. Mach' 432, ey. Die sind da. Ja. Das war knapp. Boah, ich hatte so schlecht. Ja, es geht ihr ja nicht darum, dass sie... hier durchcappen, müssen sie aber die Käppen. Ich versuch' mal die S3. Ah, da dreht es aus. Oh, da ist die S3. Ich versuch' mal die S3 zu töten. Ich hab' ihr S3 und die S6. Ja. Ah, gut. Lowall. Boah, fast gar nicht Schaden gemacht hier unter. Ich schieß' mal auf die S3 um sie zu töten. Okay, das ist dann eben auf den T29. Ich spür' es. Enemy hit! Ach, wir müssen uns gar nicht mehr bewegen. Unser Team hat... Jetzt schu... Ja. Ähm, ich werd' hier noch hinzufügen. Ich hab' mein 25 Gold gekriegt. Das ist sehr schön. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier, unser lieber Mo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsch' euch noch viel Spaß. Have fun and roll out!